Hallihallo und herzlich willkommen bei Miepel, heute mit meiner gefärbernden Frau, der Flandvieh. Heute mal wieder bei uns zu Hause, weil Gordon ist halt noch im Urlaub und deswegen gibt es jetzt hier mal ein bisschen anderes Setting. Das Video ist auch leider nicht in 4K, bitte verzeiht es uns und mit dem Mikrofon müssen wir auch gucken, das steht jetzt halt zwischen uns. Das ist eigentlich ein Podcast-Mikrofon für eine Person, aber das soll es dann mit dem Jammern auch schon gewesen sein. Vorab eine kleine Info, die wir jetzt einfach mal so raushauen und zwar planen wir gerade unser Miebel King-Brettspiel-Wochenende. Das wird im Februar stattfinden vom 10.2. bis 12.2. Die Buchungen kommen schon sehr, sehr gut rein. Die Plätze werden jetzt schon rar und wer das Video hier sieht und Bock darauf hat, bei uns im Brettspiel-Wochenende mitzumachen, der kann gerne eine E-Mail schreiben an martin-at-miebelking.de und dann gibt es die Daten zu dem Event und dann schauen wir mal, ob du dabei bist. Oder du. Oder du. Oder du. Aber das soll es damit auch schon gewesen sein und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Review und zwar geht es um das Spiel Loop von Bot Game Box. Das ist ein kooperatives Spiel von 1 bis 4 Spieler. So eine Runde dauert ungefähr 60 Minuten und ihr versucht gemeinsam, Dr. Fu, wieder mehr oder weniger aus der Zeit zu verdrängen, weil der Asker verteilt sich über alle Äonen der Zeit und stiftet da Unfug. Nur ganz fix zum grundsätzlichen Ablauf. Also bis zu vier Personen wählen sich Charaktere aus, mit denen sie auf einem Board in sieben verschiedenen, ja, vielen Dank, auf sieben verschiedenen Feldern versuchen, Dr. Fu seine Kopien in die jeweilig richtige Zeitebene zurückzuschieben, damit ein Paradox entsteht und die Figur dann dementsprechend vernichtet wird. Weil Dr. Fu möchte gerne möglichst viele Kopien von sich selber machen, weil er dann der Meinung ist, wenn es mich richtig oft gibt, dann kann ich die Weltherrschaft an mich reißen. Was er allerdings nicht bedacht hat, ist, dass er, wenn er zu viele Kopien erzeugt, das Raum-Zeit-Kontinuum zerstört und dann halt eben dadurch das Universum zerlegt. Wir haben sechs, fünf, fünf verschiedene, sehr individuelle Charaktere, die ein Deck mit sechs Karten mit sich bringen. Das Ganze hat einen kleinen Deck-Building-Mechanismus drin, weil wenn ihr auf die verschiedenen Ähren lauft, können dort Gegenstände erscheinen, die ihr dann einsammeln und mit in euer Deck mischen könnt. Das sorgt jede Runde für sehr gute Abwechslung und Varietät eures Decks. Und ansonsten seid ihr immer abwechselnd dran und zwischen euch kommen immer wieder neue Dr. Fu's rein. Und in der Mitte gibt es hier so einen sehr interessanten Rondell-Mechanismus, wo man von oben Steine reinschmeißen kann, die dann zufällig in irgendeinem Zeitalter landen und da halt eben Schaden anrichten würde, da genug Schaden angerichtet, dann geht halt eben dieses Zeitalter kaputt oder dann entsteht da ein sogenannter Vortex. Entsteht der vierte Vortex oder der zweite im gleichen Zeitalter, dann habt ihr das Spiel verloren. Wenn ihr es schafft, vier Missionen zu erfüllen plus Bonus-Missionen, je nach Schwierigkeitsgrad und ja, ich weiß auch nicht, was mit meinem Auge los ist. Das mit dem Brettspiel-Event, diese Erwähnung, die war zu aufregend. Dann habt ihr das Spiel gewonnen. Habe ich was Wichtiges vergessen? Glaube ich. Sehr gut. Das Spielmaterial. Ja, das Spielmaterial. Einfach gestaltet, vom Design sehr cool, weil es sowohl retro als auch futuristisch ist irgendwie kombiniert. Die Karten sind sehr witzig gestaltet mit lustigen Begriffen, passend zum jeweiligen Zeitalter, den ich es jetzt mache. Mein Auge dreht gerade komplett durch hier. Hast du mit der Katze gekuschelt? Wahrscheinlich. Spielfiguren sind mit dabei zu den einzelnen Charakteren. Die sind groß, gut handlich, gut sichtbar. Ist recht einfach gehalten, aber trotzdem cool vom Design gemacht, finde ich. Und du? Ja, Gon würde sagen, die Karten sind nicht Line-Finish. Das stimmt, sind sie halt nicht. Dadurch können sie auch mal so ein bisschen aneinander hängen bleiben. Ansonsten sind die Figuren aus Holz und teilweise auch von einer beachtlichen Größe, muss ich sagen. Ihr habt hier Pappmarker, die ihr halt durchmischt. Das Spielfeld selber ist sehr stabil, lässt sich gut auf- und zuklappen, sind noch keine Beschädigungen dran. Und ja, die Marker, wie Franzi schon sagte, für die einzelnen Charaktere sind auch gute Pappe. Ansonsten gibt es leider nur wieder das gute alte Luft-Inlay. Da heißt es reinschmeißen in die Box. Und in die Tüten. Und in die Tüten. Aber man muss hier sagen, das Spiel kostet zwischen 30 und 40 Euro. Und dafür bekommt ihr hier eine ganze Menge geboten, finde ich. Auch wenn die Karten nicht Line-Finish sind, hätte man vielleicht nochmal 5 Euro draufhauen können. Dann hätte man den Wert der Karten noch erhöhen können. Ist aber gar nicht so schlimm. Fällt in dem Spiel nicht so auf. Und wie Franzi schon sagte, das Design ist schon sehr, sehr cool. Also, das lohnt sich schon. Die Auf- und Abbauzeit des Spieles ist relativ kurz. Wenn zwei Leute einfach mit anfassen und dann gemeinsam, also es nimmt sich einfach jeder einen Charakter, seine sechs Karten, dann werden die Gegenstandskarten durchgemischt, dann gibt das Ding in die Mitte geklatscht, die Felder außenrum, dann werden noch 3-4 Steine verteilt und dann kann es auch schon losgehen. Also, wenn zwei Leute zusammen aufbauen, 2-3 Minuten vielleicht. Keine Ahnung, Martin hat immer alleine aufgebaut. Wenn einer immer alleine abbauen muss, 5 Minuten. Wenn dann zusammen abgebaut wird, ja, 2-3 Minuten, dann ist das Spiel halt eingepackt. Also, es ist wirklich sehr, sehr schnell auf dem Tisch und auch wieder weg. Gefällt mir extrem gut. So, dann haben wir Erlernbarkeit und die Anleitung. Ich habe es dir beigebracht. Ja, war super. Er kann es ja auch, er hat es halt draußen. Da muss man dich in den Arsch kriegen, ich liebe dich schon. Leicht zu erlernen. Ich denke auch, wenn man nicht so einen super Erklärer hat, kann man es trotzdem leicht erlernen und ja, viel mehr ist dazu gar nichts zu sagen. Das sehe ich anders. Nein, die Anleitung. Nein, ist ja gut. Nein, es ist wirklich gut Erlernbarkeit. Stimme versagt auch noch. Jetzt gehe ich ruhig, ey. Wahrscheinlich hat jemand mit meinem Meepleking-Shirt hat irgendwie eine Katze geschlafen oder so. Ich weiß auch nicht. Dadurch, dass es natürlich wieder kooperativ ist, wenn einer das Spiel richtig gut drauf hat, dann kann er ja in dem Spiel die anderen auch noch ein bisschen anleiten. Man muss aber dazu sagen, ihr habt im Spiel grundsätzlich nur die Möglichkeiten, ihr legt Energie hin, ihr entfernt diese Schadensmarken von einer Zeit-Ära oder ihr verschiebt Dr. Fu-Marken in andere Ähren oder bewegt euch und das ist es halt eigentlich auch schon. Viel mehr könnt ihr nicht machen. Das klingt jetzt im ersten Moment erstmal sehr primitiv, aber die Möglichkeiten, was man so pro Runde machen kann, sind doch schon dann recht komplex. Aber es ist in dem Sinne dann halt sehr leicht erlernen, weil die Anleitung hat sich sehr cool gelesen. Die ist gut gemacht, die ist recht dünn und super verständlich. Viele Beispielbilder dabei und ab und zu zur Auflackerung gibt es mal so ein bisschen Subtext, Flavortext, wo der eine von der Organisation der Zeitagenten, keine Ahnung, wie er sich nennt, ab und zu mal so ein paar witzige Sachen raushaut. Der kann einem schon mal ein Schmunzeln übers Gesicht huschen, das lockert das Ganze ein kleines bisschen auf. Also ziemlich cool, Anleitung ist schnell gelesen, Spiel ist gut erklärt. Die Komplexität, finde ich, ist durchaus gegeben. Ihr habt vier verschiedene Spielmodi und diese Modi könnt ihr in jeweils drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen. Wir sind gerade, also der Fairness halber, wir sagen es ja immer offen, wir haben drei Runden gespielt. Die ersten drei Missionen, also alle Missionen auf einfach, aber die ersten drei, die es gibt, also uns fehlt nur noch die mit dem Schwierigkeitsgrad Komplex. Und es kommen halt völlig neue Spielelemente rein, die dann halt eben in Zeitehren verschoben werden müssen oder wo man in bestimmten Zeitebenen bestimmte Karten benutzen muss, damit man die entfernen kann. Und ansonsten habt ihr um das Rondell rum immer verschiedene Missionskarten hier liegen. Die ändern sich auch, davon gibt es zehn verschiedene und vier müsst ihr halt immer erfüllen. Und hier stehen halt so Sachen drauf wie vernichtet diese Dr. Fu-Marken in der Ära, in die Dr. Fu hat gerade geguckt, also in der er selber ist. Das ist teilweise, je nach Charakteren, die man gewählt hat, sehr einfach zu bewerkstelligen oder auch sehr schwer, je nachdem, was kommt. Und dadurch ist das Spiel, fühlt sich immer anders an. Und es ist aber auch schon komplex mit den drei Karten, was man machen kann, dass man sich auch zu zweit gut abspricht. Dadurch, dass der Fokus halt je nach Aufgabe verändert werden muss, verändert sich dann auch das Spiel, weil man halt anders spielen muss, um die Aufgaben entsprechend zu erfüllen. Und ärgerlich ist es dann, wenn man eine Aufgabe fast erfüllt hat und dann diese Aufgabe rausfliegt. Genau, weil dann da so ein Vortex reinkommt. Genau, dann hat man sich voll darauf fokussiert und dann ist es weg und dann muss man sich erst mal neu sammeln. Und zur Komplexität natürlich auch noch, man muss schon gucken, in welche Ära kann ich mich dann vielleicht noch stellen, damit ich eine Karte kriege, die gut in mein Deck passt. Weil, ihr müsst gucken, die Karten haben hier oben verschiedene Symbole und das haben wir noch nicht erwähnt. Die Fähigkeit der Charaktere ist, Sie können Dr. Fu ein kleines bisschen austricksen, indem Sie Ihre Gegenstände loopen, das heißt einen sogenannten Zeitloop erzeugen. Und Gegenstände wieder bereit machen. Dabei können Sie aber nur Gegenstände der gleichen Art bereit machen. Das heißt, wenn ihr drei Karten liegen habt und es sind drei Sternkarten, könnt ihr mit einem Loop drei Karten wieder bereit machen, was extrem von Vorteil ist. Da muss man immer eine gute Mischung finden zwischen, welche Karte brauchen wir jetzt gerade wirklich sehr gut im Spiel und welche arbeitet gut mit meinem Deck zusammen. Also, es ist schon eine gewisse Komplexität drin, aber es ist nicht zu viel. Also, ich würde so einen Bereich fortgeschrittener Spieler, also Anfänger, ihr könnt wirklich blutige Anfänger mit dem Spiel abholen, bis mittlere Fortgeschrittene. Ja, dadurch, dass man halt auch zusammenspielt und sich ja da so ein bisschen gegenseitig aufbauen kann. Oder sehr fortgeschritten, glaube ich auch, wenn du dann die richtig Schwierigen spielst. Wahrscheinlich. Glücksfaktor? Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen dabei, durch dieses kleine, schöne Teil in der Mitte, wo die Würfelchen dann halt hinfallen. Wenn man dann schon mal fünf Würfel da reinwerfen muss und ab dreien wird es ja dann problematisch auf einem Feld. Das ist Glücksfaktor. Und natürlich, welche Karten ich halt gerade ziehe. Ja. Ob die passen oder nicht. Also, die Karten sind natürlich so ein bisschen situativ abhängig, aber da ihr beim Erfüllen jeder Mission drei Karten ziehen könnt, wo ihr euch eine aussucht, da jede Runde eine neue Karte reinkommt und ihr dann eben gucken müsst. Klar, man kann jetzt halt richtig Pech haben, weil es werden immer mehr Steine reingeworfen, je nachdem, in welche Richtung der halt gerade guckt und wie viel von diesen Fuh-Marken da drin sind. Da kann man natürlich richtig Pech haben, dass auch in einer Runde eine Zeit-Ära, wo gar kein Schaden drin war, direkt rausfliegt, weil vier Marken genau dahin gekullert sind. Wir haben aber bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn du in dem Spiel zwei, dreimal Pech hattest, schaffst du es nach hinten raus trotzdem noch. Also es ist jetzt, dann wird es halt knapp, aber das fühlt sich ja auch gut an, wenn man es mit den letzten ein, zwei Zügen geschafft hat, die Mission zu gewinnen. Also Glücksfaktor ja, aber eher Planung. Man muss halt umdenken und umplanen, denke ich. Die Spielerinteraktion und die Downtime, wie schon erwähnt, man unterhält sich sehr viel am Tisch miteinander. Man klärt die ganze Zeit ab. Und dadurch ist zumindest bei zwei Spielern, wir haben es nur zu zweit gespielt, ist die Downtime hält sich im Rahmen, da man ja, auch wenn der andere dran ist, sich miteinander berät. Und ja auch schon überlegt, genau, was kann ich jetzt machen, was solltest du vielleicht vorher noch machen? Dr. Fu kommt einmal dazwischen. Also man ist schon eigentlich die ganze Zeit auch gedanklich mit dabei und guckt halt auch, was der andere Spieler macht. Ja. Also dadurch entsteht nicht ganz so viel Downtime. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man es zu viert spielt, dann wird es, glaube ich, ganz schön lange dauern, bis man wieder dran ist. Ich denke, es ist wirklich eher ein Spiel für zwei oder für drei Leute. Da ist es aber wirklich cool. Was natürlich bei vier Leuten ganz witzig sein könnte, sind die unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich einfach ergeben, aufgrund der vier unterschiedlichen Charaktere, die dann teilnehmen. Müssen wir mal noch probieren. Kann man mal machen. Ansonsten, was wollte ich jetzt noch was spielen? Ach so. Es ist ja ein Koop-Spiel und das Thema Alpha Leader wird ja immer sehr gerne angesprochen. Da hatten wir jetzt kein Problem mehr. Es liegen schon alle Informationen mehr oder weniger offen. Wenn man jetzt will, kann man den anderen da auch versuchen, anzuleiten, was er zu tun und zu lassen hat. Aber so an sich kann man auch einfach kurz da sitzen. Also seine Karten liegen ja eh vor ihm, wenn man die nicht alle in- und auswendig kennt. Ja. Dann, ja. Aber man spricht sich sowieso sehr gut ab. Kannst du hier Energie erzeugen? Das würde mir sehr gut helfen. Was kannst du machen? Oder man sagt, ich könnte jetzt Folgendes machen. Ich kann das oder das oder das machen. Was denkst du, ist die beste Option? Genau. Ich finde, es geht hier mit dem Alpha Leader Problem. Und wenn hier jemand völlig durchdreht, was Alpha Liden angeht, dann schmeißt den doch einfach aus eurem Freundeskreis raus. Ganz einfach. Ja. So. Und damit kommen wir auch schon zum Fazit, sprich unserer Meinung zu The Loop. Ich fange an. Offensichtlich. Ich finde, es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist kurzweilig, was bei uns immer sehr vorteilhaft ist, weil wir können es halt auch mal abends spielen. Kinder sind im Bett und es ist schnell aufgebaut, schnell abgebaut und das Spiel an sich dauert auch nicht so lang. Durch die Karten und die witzigen Bezeichnungen der einzelnen Karten hat man auch immer mal so ein Schmunzeln mit dabei. Wie war das mit dem Schlipper? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Es gibt irgendeinen Schlipper auf jeden Fall mit dabei. Also es ist schon sehr witzig. Und ja, ich finde es toll. Es macht Spaß. Es ist kurzweilig. Das Design ist cool. Ja. Also mir gefällt. Die letzten Greatest Hits der Welt. Greatest Hits 80 und die erscheint halt in der letzten Ära, die möglich ist, also in der automat zerstörten Ära. Das sind dann halt schon recht witzige Sachen. Die Gegenstandskarten sind auch den Ehren immer angepasst. Ja. Warst du soweit fertig? Ja. Ich habe nach der ersten Runde zu Franzi rausgehauen, für mich ist es ein Spirit Island Light und da hat sie quasi erst mal widersprochen und meint so, nee, das findet sie nicht. Und dann habe ich gesagt, Moment. Moment. Und habe dann so meine Ansicht erklärt. Okay, warum denke ich, dass es ein Spirit Island Light ist? Und zwar haben wir halt auch wieder diesen Area Control Faktor. Deine Mama ist auch penetrant. Meine Fresse. Kann ich schnell gehen? Das hört man jetzt. Na, eigentlich dürfte man es nicht hören, aber es... Na gut, mach. So. Das schneide ich raus. Ich hoffe, sie lässt es nicht so lange klingeln. Nicht, dass man es dann hört hier. Achtung, Schnitt. Geht weiter. So. Ihr habt diesen Area Control Mechanismus, wie ihr ihn auch bei Spirit Island habt. Also jede Runde werden hier Karten aufgedeckt, wo Dr. Fu halt seine Aktionen macht und es werden zufällig ja Dr. Fu Marken verteilt, wie es halt auch in Spirit Island der Fall ist. Jede Runde wird zufällig bestimmt, wo passiert was, wo spawnen diese Invasoren. Ja. Und diese Gebiete werden ja dann auch in gewisser Weise beschädigt, bis sie einen Beschädigungsgrad erreicht haben, in dem sie zerstört werden. In dem Fall mit Ödnis. Hier in dem Fall mit einem Vortex. Dass die Gebiete dann quasi auch unbrauchbar werden oder schwerer nutzbar werden. Des Weiteren müsst ihr euch im Team mit unterschiedlichen Charakteren absprechen, die unterschiedliche Sachen können. Der eine kann besser heilen, der andere kann halt besser verschieben. Muss man dann halt schon gucken, kann ich die... Und ihr verschiebt ja die Figuren hier auch in andere Zeitehren. Ähnlich wie bei Spirit Island. Verschieben, bis sie dann einer zerstören kann. Es gibt halt auch Sachen, um Figuren direkt zu zerstören. Und ihr habt ein Basisdeck, ein sehr kleines, was ihr dann halt mit Karten aufwertet, die ihr in unterschiedlichen Ähren findet, womit ihr diesen Deckbaumechanismus drinne habt. Also für mich ist das schon wirklich eine sehr abgespeckte Variante von Spirit Island, in der ihr hier kooperativ für mich so ziemlich dasselbe Spielgefühl haben könnt, aber mit deutlich weniger Aufbauzeit, mit deutlich weniger Spielzeit. Wir waren hier nach mit einer Runde mit ein- und auspacken, sind wir nach einer Stunde fertig. Das ist total gut. Wenn man abends, zum Beispiel die Kinder sind im Bett, man will noch schnell eine Runde spielen, ja, oder als Eröffnungsspiel oder so. Bupp, eine Stunde ist das Ding durch. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und mich holt die Optik total ab. Das muss jeder für sich selber beurteilen. Die ist wirklich speziell, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, speziell. Speziell, ja. Mich holt die total ab. Sie hebt sich ab von den anderen Boardgames. Sie ist ein bisschen groovy, ein bisschen funky. Finde ich richtig, richtig gut. Und diese Kommunikation hier, die Absprache, die verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Gegenstände. Ihr habt hier einen recht dicken Stapel mit Gegenständen. Den werdet ihr in zwei Spielen niemals durchziehen. Von daher ist immer mal noch so ein kleines bisschen Abwechslung dabei, welche Gegenstände könnten jetzt kommen. Und den Schwierigkeitsgrad kann man auch noch eine ganze Ecke nach oben skalieren. Denn ich denke, wenn man das Spiel zehn Runden gespielt hat, wird man wahrscheinlich sagen, okay, jetzt reicht's. Aber für die 35 bis 40 Euro, die das kostet, bekommt ihr hier einen Riesenbatzen. Richtig, richtig gutes Spiel geboten. Und mir macht's wahnsinnig viel Spaß. Und ich muss sagen, es war sehr überraschend für mich. Und es ist seit langem ein Spiel, was bei mir mal so spaßtechnisch wieder richtig eingeschlagen hat. Also wo ich gesagt habe, das macht richtig Bock. Da würde ich direkt noch eine Runde spielen. Das ist extrem cool. Spielt sich fluffig runter. E-Morgs. E-O. Ja. Nee, also ein sehr, sehr schönes Spiel, The Loop. Also da können wir ganz klar eine Empfehlung aussprechen. Wenn ihr auf kooperative Spiele steht, die sich relativ schnell runterspielen. Und wenn ihr vielleicht gesagt habt, Spirit Island war euch zu kompliziert, aber euch hat die Mechanik, also euch hat das Spiel grundsätzlich irgendwie ganz gut gefallen, dann schaut doch einfach mal hier rein, bei The Loop. Ansonsten, Erweiterungen sind meines Erachtens erst mal nicht angekündigt. Ich würde mich riesig freuen, wenn da was kommt. Noch ein paar mehr Gegenstandskarten, noch ein paar mehr Möglichkeiten, ein paar mehr Charaktere. Richtig gut. Wir werden es auf jeden Fall noch einige Male abends spielen. Ja. Weil uns macht es halt richtig Spaß. Vielleicht auch mal noch mit vier Personen. Wir werden es auch mal mit mehr Leuten probieren und dann mal gucken, wie die Spiel- und Downtime so ein bisschen nach oben skaliert. Mal gucken, wie sich das dann spielt und dann werden wir sehen. Ansonsten, so die Sagen, war das eine runde Sache. Ja, auf jeden Fall. Gut. Alles klar. Habt ihr das Spiel schon gespielt? Wie ist es in eurer Freundesgruppe angekommen? Dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare rein und seht ihr das auch so mit dem Spirit Island Light? Könnt ihr dem vielleicht zustimmen? Oder habt ihr da ganz andere Argumente, die komplett dagegen sprechen? Auf jeden Fall gerne, wer das erste Mal hier ist, klicken Abo. Ja. Ja. Kannst du mal ganz sexy Abo sagen? Nein. Kann ich nicht. Abo. Abo. Dann geht doch. Muss ich erst vormachen. Na gut. Okay. Ansonsten lasst ein Like da und ja, dann bis zum nächsten Mal. Das waren Martin. Und Franzi. Von Miebel. King. Und sagen Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.